Ela K. liest für euch Harry Potter Fan Fictions. Viel Spaß! Zweites Kapitel. Behalte es. W-Wie bitte? Entfuhr es Blaze und seine Augen wanderten zu Draco. Er hoffte, dieser würde lachen und ihm somit zeigen, dass alles nur ein übler Scherz war. Doch der Blonde stand da mit weit aufgerissenen Augen und offenem Mund. Es hatte ihn so geschockt, dass er nicht mal seine typische Maske aufrechterhalten konnte. Ich bin ein Mann! Das ist mir klar, Mr. Sabini. Poppy versuchte mit einer ruhigen Stimme zu sprechen, um den Schüler nicht aufzuregen, aber das schien unmöglich. Blaze war komplett durch den Wind und das konnte ihm niemand verübeln. Aber in der Zauberwelt ist es üblich, dass magische Jungen, die in einem Zauberkrankenhaus zur Welt kommen, einen Trank bekommen, der ihnen die Fähigkeit gibt, bis zum Rest ihres Lebens Kinder zu empfangen und zu bekommen. Der Grund für diesen Entschluss war die Tatsache, dass mit Homosexualität nun viel offener umgegangen wird als früher. Und es ist eine Schande, wie wenig Kinder zur Welt kommen in der magischen Welt. Man hat gehofft, dass sich das durch männliche Schwangerschaften ändert, erklärte sie ruhig. Das... Davon wusste ich nichts, keuchte Blaze und sah, wie Draco sich totenblass an einem der Betten abstützte. Für ihn musste es nicht minder ein Schock sein, hatte er mit Harry wahrscheinlich doch auch nicht immer verhütet. Mr. Malfoy? Alles in Ordnung? Poppy war Blaise Blick gefolgt und trat nun alarmiert zu dessen Freund. Doch er nickte. Ja, Madam, machen Sie sich keine Sorgen, ich bin nur etwas... Überrascht. Er lächelte etwas missglückt und die Heilerin nickte verstehend. Die Beziehung von Draco und Harry war schließlich auch in den Professorenkreisen nicht unbekannt. Aber der Blonde war nicht ihr Patient, sodass sie ihr Augenmerk wieder auf Blaze richtete. Soll ich nachgucken, ob mit dem Kind alles in Ordnung ist, Mr. Sabini? Wie? fragte sie sanft und der Angesprochene zuckte zusammen. Was? Äh... Nein, danke, aber... Sie können es doch bestimmt wegmachen, oder? Gab er die Frage zurück und die Heilerin schnappte nach Luft. Ist Ihnen klar, was Sie da von mir verlangen? Sie wünschen, dass ich das Leben eines unschuldigen Lebewesens beende. Ich weiß, aber ich will es nicht, jammerte Blaze schon fast. Niemand hat mir gesagt, dass ich Kinder bekommen kann, sonst hätte ich verhütet. Ich lasse mir doch mit 18 nicht mein Leben kaputt machen. Was soll ich mit einem Kind? Poppy konnte ihn verstehen, aber trotzdem würde sie das Kind nicht umbringen. In Ordnung, Mr. Sabini, ich kann Sie nicht zwingen, das Kind zu bekommen, aber bitte denken Sie wenigstens darüber nach. Jetzt sind Sie aufgeregt und können nicht klar denken. Lassen Sie sich Zeit mit Ihrer Entscheidung. Fünf Wochen Zeit haben Sie noch. Schlafen Sie ein paar Nächte darüber, reden Sie mit dem Vater und teilen Sie mir Ihre Entscheidung mit. Sollte eine Abtreibung immer noch Ihr Wunsch sein, werde ich alles Nötige mit dem St. Mungo klären. Und jetzt würde ich bitte trotzdem gerne gucken, ob mit Ihrem Kind alles in Ordnung ist. Sie bedeutete Blaze, seinen Oberkörper frei zu machen und sprach dann mehrere Zauber. Offenbar schien alles in Ordnung zu sein, denn sie lächelte und hielt nach wenigen Minuten ein kleines Bild in der Hand, welches sie dem Schwarzhaarigen gab. Hier, Mr. Sabini, das ist Ihr Kind. Blaze schaute darauf und konnte beim besten Willen nichts entdecken. Seufzend steckte er dieses in seinen Umhang und wollte zur Tür gehen, als Poppy ihn noch einmal zurückhielt. Egal, wie Sie sich entscheiden, Mr. Sabini, solange Sie schwanger sind, sollten Sie auf Kaffee, Alkohol, Zigaretten und gefährlichen Sport verzichten. Blaze sagte nichts dazu, sondern verließ nur den Krankenflügel und machte sich auf den Weg nach unten in die Kerker. Er guckte nicht, ob Draco ihm folgte, ignorierte Schüler, die ihm begegneten und ihn ansprachen, sah nicht auf, als ihn jemand im Gemeinschaftsraum rief. Er ging einfach nur in seinen Schlafsaal, schmiss sich aufs Bett, warf die Decke über sich und erlaubte endlich, den Tränen zu fließen. Draco hörte das Schluchzen schon, als er den Raum betrat und seufzte. Schnell verschloss er die Tür und setzte sich dann aufs Bett, zog vorsichtig die Decke vom Gesicht seines Freundes und lächelte ihn beruhigend an. Ich will das nicht, Draco, ich will nicht, flüsterte er zitternd. Ich weiß, aber du solltest wirklich erst in Ruhe darüber nachdenken. Es ist immerhin dein Kind, Blaze, deins. Das war dem Schwarzhaarigen ja auch klar, dass da ein Kind in seinem Bauch heranwuchs, hatte er verstanden. Aber genau das war doch das Problem. Er war 18 Jahre alt, hatte keinen Schulabschluss, keine Zukunftsperspektiven, steckte nicht mal in einer festen Beziehung. Das alles sagte er Draco auch so. Blaze, ich kann das verstehen, wirklich. Aber Geld ist nun wirklich das Letzte, worum du dir Sorgen machen musst. Deine Mutter gibt dir alles, was du willst, solange du sie in Ruhe lässt. Und wenn du ihr das Kind nicht gerade vor die Nase hältst, dann wird es ihr egal sein. Deinen Schulabschluss hast du im Juni doch und mit dem Arbeiten kannst du dir noch Zeit lassen, bis das Kind ein bisschen älter wäre. Na ja, und das mit der festen Beziehung? Daniel würde bestimmt dazu stehen, versuchte Draco, seinen Freund aufzumuntern. Daniel? Blaze schaute fragend auf. Wieso Daniel? Die Pompfrey hat doch gefragt, ob du Ende September bis Anfang Oktober Sex hattest, und da hattest du doch was mit Daniel laufen oder nicht. Wie war das? 25. bis 5. Ja, da hatte ich was mit Daniel. Aber nicht nur mit ihm. Es schien dem Schwarzhaarigen peinlich, das zuzugeben, denn ein tiefes Rot zierte seine Wangen, als er sich aufsetzte und die Tränen von seinem Gesicht abwischte. Für Dracos erwartungsvolle, erhobene Augenbraue hatte er nur ein müdes Lächeln übrig. Na ja, immerhin war ich für Daniel nur eine Chance, sein Ex eifersüchtig zu machen, und es hat ja geklappt, wo er doch wieder mit ihm zusammen ist. Er war nicht treu, ich war nicht treu, war seine Erklärung und Draco seufzte. Ach, nun, bei zwei Kandidaten kann man nach der Geburt bestimmt feststellen, wer der Vater ist. Gab der Blonde die Hoffnung nicht auf, und das merkte auch Blaze. Warum willst du mich unbedingt davon überzeugen, das Kind zu bekommen, Draco? Es ist schlussendlich doch meine Entscheidung. Ich weiß, und ich will dir auch nicht reinreden, aber ich bin mir einfach sicher, dass du es irgendwann später, wenn du älter bist, bereuen würdest, solltest du abtreiben. Ich kenne dich doch. Du hast immer darunter gelitten, dass deine Mutter dich nicht haben wollte, und warst dir doch schon von klein auf sicher, dass du deine Kinder lieben würdest. Da hatte ich aber auch nicht daran gedacht, dass ich schwul sein und die Kinder selber zum Wild bringen würde. Und außerdem, wer sagt, dass ich mein Kind lieben würde? Jetzt freue ich mich auch nicht. Das ist doch verständlich, winkte Draco ab. Du hast aus heiterem Himmel so eine Nachricht bekommen und musst solch eine schwerwiegende Entscheidung treffen. Ich verstehe, warum die Pomfrey dir Zeit zum Nachdenken gegeben hat. Und wenn es sich nicht ändert, was, wenn ich das Kind nie lieben werde? Das war es, was Blaze am meisten fürchtete. Von seiner Mutter hatte er nie Liebe empfangen. Sie war mit ihren ständigen neuen Ehemännern beschäftigt gewesen und nicht mit ihm. Er hatte erst richtig verstanden, wie es war, gemocht und geliebt zu werden, als er Draco und seine anderen Freunde in Hogwarts kennengelernt hatte. Vielleicht war er gar nicht fähig, Liebe weiterzugeben. Schließlich war er auch noch nie verliebt gewesen. Er hatte Spaß am Sex, aber das meiste waren immer One-Night-Stands. Eine Beziehung hatte er noch nie gehabt. Du wirst es lieben, Blaze. Vertrau mir. Und wenn nicht, wird der andere Vater dir in den Hintern treten. Apropos, wer ist neben Daniel der zweite Kandidat? kam Draco auf das ursprüngliche Thema zurück. Erneut hatte der schwarzhaarige Slytherin das Bedürfnis, sich unter der Decke zu verkriechen. Vor Scham. Es sind keine zwei, Draco. Es sind... Vier. Nun war es raus und er traute sich, nicht aufzuschauen. Seinem Freund klappte der Mund auf, als er das hörte und wusste erst mal nicht, was er sagen sollte. Er wusste, dass Blaze wirklich sehr oft Sex hatte, mehr als er in einer Beziehung, doch es zu schaffen, vier verschiedene Kerle in zehn Tagen zu bekommen, war... nicht schlecht. Wow. Na schön. Wir müssen uns nur auf die konzentrieren, wo du passiv warst und... Draco, das sind die, wo ich passiv war, unterbrach Blaze den Blonden und lachte leise, als er Dracos aufgerissene Augen sah. Was erwartest du denn? Ich bin ein 18-jähriger, schwuler, freier Mann. Natürlich habe ich Sex, wann immer es klappt. Toll, Blaze. Ich bin auch 18 und schwul und eigentlich ist eher normal, dass man in einer Beziehung mehr Sex hat, als wenn man Single ist. Aber mit deinen... Aktivitäten kann ich bei Weitem nicht mithalten. Der Schwarzhaarige zuckte nur mit den Schultern. Was sollte er auch sagen? Siehst du, warum es nicht gut wäre, ein Kind zu bekommen? Ich kann diesem ja nicht mal einen Vater bieten. Verdeutlichte er seinen Standpunkt, doch noch immer war auch Draco nicht von seiner Meinung abzubringen. Es hätte immer noch dich, Blaze. Außerdem kannst du nicht sagen, dass der Vater das Kind nicht will, wenn du nicht weißt, wer es ist und bevor du es ihm gesagt hast. Ich soll jetzt zu allen Vieren gehen und ihnen mitteilen, hey, es kann sein, dass du in acht Monaten Vater wirst. Ich bin mir nur nicht sicher, dass es wirklich deines ist. Ja, das würde super kommen. Der Sarkasmus war nicht zu überhören. Jetzt übertreib mal nicht, Blaze, schimpfte Draco. Du hast keinen von ihnen gezwungen, mit dir zu schlafen und wenn sie nicht verhüten, brauchen sie sich nachher nicht zu beschweren. Das ist nicht alleine deine Aufgabe? Würdest du auch so denken, wenn du in meiner Situation wärst? Provozierte Blaze. Was, wenn du diese Nachricht bekommen hättest oder Harry? Was wäre dann? Dann würde ich mir einen mentalen Tritt in den Arsch geben und dann dazu stehen. Immerhin kann das Kind als letztes was dafür. Und ich habe wirklich schon genug Menschen sterben gesehen, als dass ich das Leben eines unschuldigen Wesens beenden könnte, fügte er leise hinzu. Ich war aber nicht beim Krieg dabei, Draco. Ich habe niemanden sterben sehen, seufzte Blaze. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Tut mir leid. Dafür verurteile ich dich auch nicht. Ich gönne es, niemandem dabei gewesen zu sein. Es war schrecklich. Und genau deswegen bitte ich dich ja auch, dich nicht sofort für eine Abtreibung zu entscheiden, denn das Kind in dir kann sich noch nicht mal wehren. Verstehst du das? Du hast noch fünf Wochen Zeit. Lass es dir durch den Kopf gehen. Schreibe deiner Mutter und rede mit den möglichen Vätern. Ich bin mir sicher, sie würden dich unterstützen. Das bezweifle ich. Guck mal, Draco, alleine Daniel ist doch ein gutes Beispiel. Er ist jetzt wieder mit seinem Ex zusammen und dann soll ich diese Beziehung wieder beenden? Er wird mich hassen. Das kannst du nicht wissen, seufzte Draco. Und selbst wenn, hast du es doch selbst gesagt. Er muss es nicht sein. Wer kommt denn noch in Frage? Blaze ächzte. Du wirst nicht lachen und keine blöden Sprüche abgeben? Nicht in dieser Situation, versprach der Blonde. Okay, also neben Daniel ist da noch Joel aus unserem Haus und Jonah von den Hufflepuffs. Draco verzog das Gesicht. Super, Blaze, damit hast du ja schon Kandidaten, von denen du nichts erwarten kannst, ätzte er. Ey, du hast versprochen, nichts zu sagen. Ist doch wahr, grummelte der Blonde. Ich meine, hallo? Joel Kirkwood? Nie im Leben wird er dazu stehen, schwul zu sein und demzufolge auch nicht zu dem Kind. Und tut mir leid, wenn ich das sage. Aber wie konntest du bei Jonah Snyder den passiven Part übernehmen? Der Typ ist regelrecht abartig. Ja, vom Charakter her. Aber er ist gut im Bett. Das waren nur zwei, mit Daniel drei. Wer noch, Blaze? Merkte Draco an und sah, wie sich sein bester Freund auf die Lippen biss. Eine Person, bei der ich bete, dass nicht sie der Vater ist. Sio. Der Blonde riss die Augen auf. So ein Blödsinn, Blaze, er ist stockhetero. Er ist mit Pansy zusammen. Ja, ich weiß, deswegen hoffe ich ja auch, dass er es nicht ist. Wann habt ihr miteinander geschlafen? fragte Draco immer noch zweifelnd. Weißt du noch, wann Föbe mit ihm Schluss gemacht hat? Da hatten wir eine Party hier unten und er hat zu viel getrunken. Ihr wart alle anderweitig beschäftigt, also habe ich ihn nach oben in den Schlafsaal gebracht. Und... Ach, keine Ahnung. Ich war gelangweilt, er enttäuscht und beide hatten wir Alkoholintus. So ist eins zum anderen gekommen und du kannst bestimmt verstehen, warum ich da den passiven Part hatte. Am nächsten Morgen hat er den Schock seines Lebens bekommen und wir haben gesagt, dass es nichts an unserer Freundschaft ändert. Und das tut es auch nicht. Es war eine einmalige Sache, die weder mir noch ihm was bedeutet hat. Aber wie soll er sich mit einem Kind von einem Mann abfinden, wenn er nicht mal schwul ist? Nun konnte Blaze die Tränen nicht mehr zurückhalten und ließ sich gerne von Draco in den Arm nehmen. Keiner von ihnen wird sich freuen, von einem möglichen Kind zu erfahren, Draco. Bei Daniel würde ich die Beziehung kaputt machen, bei Sio alles. Joel wird nicht dazu stehen und mit Jonah will ich nichts zu tun haben. Aber ich schaffe das nicht alleine. Wie kann ich alleine ein Kind bekommen? schluchzte er. Hey, du bist nicht alleine, versuchte Draco ihn zu beruhigen. Wenn es hart auf hart kommt, hast du immer noch mich. Ich werde dich nicht alleine lassen, versprochen. Dafür hat man einen besten Freund. Danke. Kein Problem. Wie oft warst du für mich da, als ich am liebsten alles beenden wollte, nur um den ganzen Todesserscheiß zu entkommen. Du hast mir immer wieder Mut gemacht. Ohne dich wäre ich verloren gewesen. Nun bin ich dran, Blaze. Und ich verspreche, dass ich dich nicht verurteilen werde, egal wofür du dich entscheidest. Ich bitte dich, nur rede mit den Vieren, mit deiner Mutter. Auch wenn es nicht ihre Entscheidung ist, die der anderen Väter schon. Einer von ihnen hat das Kind gezeugt und es sollte auch ihre Entscheidung sein. Und wer weiß, vielleicht wirst du ja positiv überrascht. Glaube ich nicht, murmelte der Schwarzhaarige. Dann hättest du zumindest wirklich das Recht, die Entscheidung alleine zu fällen. Und egal, wie sie ausfällt, ich werde für dich da sein. Das waren die letzten Worte, die die beiden wechselten, denn irgendwann war Blaze einfach zu erschöpft und schlief ein. Und Draco hielt sein Wort und blieb bei ihm. Er rief nur schnell einen Hauself, um Harry eine Nachricht zukommen zu lassen, dass er nicht mehr zum Unterricht kommen würde. Da Blaze ein Problem hatte, er ihm aber später alles erklären würde. Und er würde es erklären müssen, denn noch immer halten die Worte der Heilerin in seinem Kopf, dass jeder in einem magischen Krankenhaus geborene Junge schwanger werden konnte. Das traf sowohl auf Harry als auch auf ihn zu. Sie hatten praktisch nie verhütet. Wozu auch? Sie waren sich sicher, bei dem anderen keine Krankheit zu bekommen und schwanger werden konnten sie als Männer nicht. Hatten sie gedacht? Sie mussten beide einen Test machen und sollten sie Glück gehabt haben, sollten sie sich um eine lang anhaltende Verhütung Gedanken machen. Denn auch wenn Draco Blaze in allem unterstützen würde, in seiner Situation wollte er nicht sein. Anmerkung der Autorin Das war's. Wie ihr gemerkt habt, sind die meisten Charaktere OCs, aber das liegt einfach daran, dass ich mir Blaze nicht mit einem Hogwarts-Schüler aus den Büchern vorstellen kann. Außer vielleicht Sio, aber es ist nicht wirklich mein Lieblingspair. Außerdem gibt es nun wirklich nicht nur die Schüler, die in den Büchern oft vorkommen, wenn man davon ausgeht, dass in jedem Jahrgang circa 50 Schüler sind. Nun, ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Eure Crezzi Ende Kapitel 2